Die Mobile Games aus dem Januar haben uns schon gut die Zeit vertrieben. Doch was bringt der Februar? In Row Row spielst du einen kleinen Kanuten, der sich durch verschiedene Welten wie zum Beispiel den Dschungel, eine Winterlandschaft, einem Vulkan und die Savanne paddeln muss. Durch einfaches Klicken rechts und links neben der Spielfigur lenkst du ihn durch den reißenden Fluss und stellst neue Bestzeiten auf. Eine Giraffe, die ein Rad fährt? Bei Unicycle Giraffe hilfst du einer Giraffe, ein Rad zu fahren. Durch schnelles Tippen rechts und links neben das Rad fährt die Giraffe in die eine oder andere Richtung. Je länger du aufrecht bleibst und nicht umfällst, desto höher fällt deine Belohnung aus, wodurch du dir dann neue Hüte kaufen kannst, damit du noch schicker auf dem Einrad aussiehst. Außerdem sind die verschiedenen Gesichtsausdrücke sehr unterhaltsam. Wer wollte nicht schon immer mal ein Held sein? Bei Hangline kannst du deinen Traum wahr werden lassen. Schwinge mit deinem Wurfhaken durch die Berghänge und hilf den Menschen als Retter in der Not, um sie aus ihrer mistlichen Lage am Berg zu befreien. Doch am Berg musst du immer vorsichtig sein, dass kein Schnee wegbricht, du nicht von diversen Tieren angegriffen wirst oder Felsen auf dich hinabstürzen. Was spielst du derzeit auf dem Smartphone? Schreib uns deine Vorschläge in die Kommentare. Abonniere den O2-Kanal, um keines unserer Videos mehr zu verpassen und den Klick auf die Glocke nicht vergessen. Zum Tieren. dalena